Okay, Leute, ein Imposter. Mal sehen, wie es läuft. Oh, scheiße. Ich konnte jetzt niemanden kennen. Okay. Puh, ich habe mich schön abgemurkst. Ist hier jemand? Oh! Gisela hat verlassen. Ich habe nur eine Frage an OneFarm. Als der Reaktor anging, bist du nach unten in Richtung Navigations gelatscht. Ich habe mir gedacht, es gibt noch so viele Gesellen, die werden das schon alleine hinkriegen. Ich dachte, ich müsste kein Händchen halten. Und weil ich so weit weg war, dachte ich auch, dass bis ich da bin, das ist da halt ihr schon. Aber Isela wurde nicht gekillt, sondern die ist einfach gelieft, oder? Genau, die ist gelieft. Oh nein, Niedergörfeln ist auch weg. Na toll. Ey dann, keine Ahnung, also ich wollte jetzt nicht skippen, weil wenn wir jetzt falsch rausrotten, ist es vorbei. Das ist eine gute Entscheidung. Wahnsinn. Ey, es war so schlecht, wie konnte Simon mich einfach nicht sehen? Nein, du bist so los. LOL. Okay, puh. Okay, das war so schlecht. Licht ist aus. Ist hier jemand? Nein, scheiß, hier ist niemand. Wenn ich du wärst, würde ich kündigen. Und dazu. Testlogger. Scheiß, hier ist auch niemand. Wo sind die denn alle? Hä? Oh, die Tassen sind auch schon gleich durch. Oh nein. Wo sind die denn? Gibt's noch nicht. Maxi, läufst du mit deinem iPhone? Alles klar. Seid ihr zufrieden? Okay, das hat ganz gut geklappt. So. Kannst du vielleicht die Türen schließen? Äh, keine Ahnung, ich glaube ganz normal. Also, pass mich. Okay, nice. Versuch jetzt noch die Türen zu schließen. Und dann jemand zu killen. BAM. Ciao, Leute. Was sagt ihr da? Ja, ich wollte gerade Dings machen, die Merchensie Call, weil ich schon bei Security gesehen habe, dass er Leichen bei einer Riechen eingekillt. Ja, ich habe noch, wir Leichen gerade gekillt. Wann ja? Ja, hallo? Ja. Ich war gerade so eine Merchensie Call, aber ich dachte mir schon, da wird noch irgendeiner gekillt. Ich habe die Türen lassen dazu gemacht. Ich habe nicht mitgekillt, dass die mal getillt wurde. Ja, ich habe es ja gesehen bei Security, deshalb wollte ich gerade noch hinrennen, aber nein. Ah, nein. Ja, ich habe noch gesehen, wie weit die Tastleiste waren und dachte mir, okay, der hat mich gekillt, aber der wird eh verlieren. Ja, die Tastleiste war schon so weit und ich hatte noch nicht mal Simon gekillt. Und dann war ich so, fuck, fuck, ich habe euch die ganze Zeit gesucht und ich habe einfach nicht gefunden. Und dann habe ich Simon gesehen, musste ihn schon abmurksen und dann ist eigentlich alles ganz gut gelaufen. Ist es auch mit zehn Leuten, oder? Du kannst von fünf bis zehn. Ah, okay. Leute, sind das in unserer letzten Runde, oder die? Ja, das ist in unserer letzten Runde, ne? So, Crewmates. Hm. Das ging aber gerade flott. Bei Simon. Mit dem Download. Das ging mir ein bisschen zu flott. Was ist mit dem Wendeln los? Na, komm, ich mache auch den. Wenn ich jetzt gekillt werde, werde ich gekillt. Was soll ich machen? Was? Hä? Er hat aber den Download dann nicht gemacht, oder? Vielleicht hat er das Ding gemacht. Wer ist hier? Diego. Oh, ich traue mich nicht in den Electricker reinzugehen. Ah, Diego. Nein. Das möchte ich mir nicht antun. Ich chill mal Camps. Der Wendler. Wandfarm. Äh, ich bin rot. Wie kann man hier bei Mad Bay rein? Die Tür ist hoch. Und du musst, ne? Du musst warten, bis sie aufgeht. Achso. Ich glaube, so stark ist das Simon. Er hat ja diesen einen Download so kurz gemacht. Ah, Diego. Ach, der macht mir Angst, oder? Bro. Jetzt geht noch Oxygen an. Das ist ein richtiges Simon Play. Bam. Der Wendler ist da. Wo ist Simon, Alter? Ich sehe den die ganze Zeit nicht. Okay. Ich habe rechts bei Navigation Pipi gefunden. Na. Ey, ich habe mal kurz eine Frage. War nicht gerade dieser Oxygen-Alarm? Ja. Und ist der jetzt ausgegangen, weil du eine Leiche gefunden hast? Oder wurde der jetzt schon gelöst, der Alarm? Ne, der wurde gelöst. Ich habe unten den gemacht. Wollte dann hoch. Und da war der Wendler. Und... Ich habe mich halt schon gewundert, weil unten halt keiner war. Und ich dachte so so, hä, jetzt geht der Alarm aus. Aber hier war doch keiner irgendwie den Alarm. Doch, hä, unten war zuerst gelöst. Es war vor oben. Leute, eigentlich... Ich war eigentlich oben und habe die Nummer richtig eingegeben und habe auf Haken gedrückt. Ja. Aber es ist irgendwie nicht ausgegangen. Es ist voll dämlich gewesen. Leute, der Typ verdächtigt mich, Diego. Ich will nur sagen, rechts habe ich... Wer war denn rechts? Der Wendler? Und Wanya? Oder warst du bei Oxygen noch? Ich weiß nur, dass der Wendler da war. Ich bin gerade in den Admin-Raum reingekommen. Aber warst du bei Oxygen? Oben? Nee, oben nicht, ne. Wer war denn da noch? Der Wendler? Wer war denn da noch, Tobi? Weiß nicht. Vielleicht Diego. Ich weiß es nicht genau. Diego kam aber auch von links. Er war electrical. Äh, genau. Ich war gerade electrical. Jetzt gerade. Kann sein, dass es Diego... Auf jeden Fall, Leute. Ja, keine Ahnung. Aber dann war nur Tobi rechts. Aber kann sein... Also, er kam auf jeden Fall von unten. Aber ich weiß es nicht. Ich war nur zu. Hm? Ja, Oxygen oben. Du kamst von unten. Also, da musst du ja in Navigations irgendwie vorbeigegangen sein. Ich kam halt von links. Okay. Wie, Herr? Warte, warte, warte. Wann bist du denn gekommen? Warst du mit mir, als ich es ausgestaltet habe? Ich habe unten gemacht. Dann bin ich hochgegangen. Also, über Cafeteria. Dann habe ich gesehen, dass du es ausgemacht hast. Dann bin ich weiter zur Navigation gegangen. Und dann habe ich Pipi gesehen. Also, ich war bei O2 auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Aber du kamst ja von unten, oder? Das ist jetzt nicht mehr. Naja, egal. Wir haben noch ein bisschen... Also, ich kam nur... Ja. Eine Angeregung... Also, ich kam auf jeden Fall nicht von unten. Im Geisterchat mit dem Pipi darüber, das er ein Small Pipi hat geführt. Also, kann man als Geist einen getrennten Chat führen? Also, ist es nicht der gleiche wie mit den anderen? Ja, for nice, for nice. Das seht ihr nicht. Man sieht es nicht. Ah, okay. Gehen natürlich die Lichter aus. Was müssen wir noch machen? Reaktor. Bäm. Quick mess. Wer macht denn hier die ganze Zeit diese Türen zu? Oh, oh, da ist jemand hinter mir. Ah, ich habe Angst. Diego. Ich glaube, war Diego safe. Okay, hier ist auch jemand schnell die Aufgaben machen. Oh, Mist, verpasst. Boom. 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 Geht schon wieder Oxygen an, Alter. Das ist so richtig... Obwohl, Simon, war es ja gar nicht so dumm. Oh, wenn Diego mich jetzt kürtet, er... Axel ist auf jeden Fall gerade weggegangen. Da muss Tobi hier oben sein. Was ist der Tipp? Nein! Die Türen sind zu. Er hat mich nicht gekillt. Wieso hat er mich nicht gekillt? Ich glaube, er hat noch einen Kierkodorn. Bitte, Mami! Leute, ich muss was sagen, aber... Erstmal Diego. Ich glaube, es ist Tobi. So, ich? Weil ich bin gegen die Wand gelaufen. Was hast du da unten bei... dem Vent gemacht in Navigation? Nein, ich bin gegen die Wand gelaufen. Ich war mit dem Schmerzkreuz. Und dann, weil ich rauslaufen bin, bin aber gegen die Wand aufläuft. Also, was ich gesehen habe... Ich bin dann von oben Richtung Navigation gegangen. Übrigens, Max ist tot. Jo. Ich verstehe nicht, was der sagen will. Also... Warte... Also, ich bin von oben wieder gegangen, Richtung Navigation entstand. Tobi, unten beim Vent. Also, da, wo der Vent ist. Wieso sollte man da stehen? Da ist ja nichts. Nee, aber im Ernst, ich bin wirklich nicht gewendet. Und selbst wenn, wäre es nicht dumm gewesen. Ja, aber... Ich kann ja nur sagen, was ich sehe. Wieso stehst du auf dem Vent da unten? Da ist ja keine Aufgabe. Aber das Thema hatten wir schon mal. Das ist Max einmal bei Security. Aber du kannst nicht... Ihr könnt mich wählen. Also, ich bin nicht gewendet, aber wählt mich. Ich weiß ja jetzt nicht, wo die Leiche gefunden wurde, Alter. Also, die Sache ist die, wenn wir jetzt noch jemanden rauskicken, sind wir doch eigentlich schon fast geliefert, oder? Ja, deswegen würde ich skippen, aber... Aber ich finde Diego so ein bisschen sehr komisch, keine Ahnung. Also... Er hätte mich aber schon mehrfach kicken können. Und ich hatte das Gefühl, Tobi hat mich dann... Wieso hast du mich dann eigentlich verfolgt, nachdem ich dich gesehen habe, Tobi? Wo war gerade die Leiche eigentlich? Achso. Dann haben wir nicht gefunden. Wenn ich oben nicht durchkomme, dann brauche ich ja nicht Kraft. Oh, Diego ist raus. Okay, fuck. Jetzt müssen wir voten. Jetzt müssen wir voten. Die Situation hat sich geändert. Ey, Wania, wo warst du die ganze Zeit? Ich war die ganze Zeit Admin. Wieso bist du immer Admin, Alter? Ich bin fertig mit meinen Aufgaben. Ey, du kannst doch nicht immer fertig mit deinen Aufgaben sein, wenn du immer nur Admin chillst. Doch. Oh, also ich weiß es diesmal nicht. Also, Tobi, sehr... Wieso hast du mich verfolgt, als ich habe dich gesehen? Und warum hast du mich danach dann verfolgt? Und dann war die Tür oben zu und dann dachte ich... Ach, Mann. Ich kann nicht voten. Oh, doch. Okay, ich weiß es nicht. Tut mir leid, Tobi. Ja, sehr schön, Lotte. War richtig? Wania, du bist so ehrenlos, Alter. Wieso? Ja, weil du immer auf irgendjemanden hörst, der keine Indizien oder Beweise hat. Junge, du standst auf dem Band. Ich bin ja viel gespielt. Was ist da, woher denn sie ist? Ich bin nicht vom Band gekommen, Alter. Du kannst denn nachher... Ich kann dir meinen Stream schicken, Alter. Da stehst du auf dem Band. Also für mich... Ja, aber ich bin nicht vom Band gekommen. Es war schon ein sehr starker Beweis, Tobi, wenn Tim sagt, du stehst auf dem Band. Also ich habe als Geist Tobi beobachtet und er stehst du auf dem Band. Egal, aber ich bin nicht vom Band gekommen, also... Aber wieso stehst du denn auf dem Band? Egal. Ich habe es ja auch gesehen. Ja, du kannst doch so auch einfach über den Band laufen. Ich habe es ja auch gesehen.